Manche der Diskussionen, die wir im deutschsprachigen Bereich führen, sind im globalen Kontext absolute Außenseiterdiskussionen, die auch nicht wirklich ernst genommen werden. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Furcht und Zittern. Furcht und Zittern ist ein ziemlich breit angelegtes Gespräch mit Leuten aus unterschiedlichen Lagern über Evangelikalismus, Post-Evangelikalismus und tragfähige Zukunftsformen des christlichen Glaubens. Wir haben für die erste Staffel von Furcht und Zittern viele Rückmeldungen bekommen, viel positives Feedback, aber auch Kritik von beiden Seiten. Einige hatten Angst und die Befürchtung, dass wir zu liberal oder zu kritisch die Sache angehen und von der anderen Seite kam die Rückmeldung, ob wir vielleicht doch etwas zu konservativ sind und eine fromme Agenda haben. Wir versuchen effektiv einen Mittelweg zu gehen und ein Gespräch zu führen, das oft so nicht geführt werden kann. Und das bedeutet, dass in diesen Folgen von beiden Seiten, von mehreren Seiten Stimmen zu Wort kommen und auch gehört werden sollen. Und das heisst auch, dass man Menschen Dinge sagen hört, die mir jetzt persönlich vielleicht unangenehm sind. Wir vom Zentrum Glauben Gesellschaft sind überzeugt, dass man die Wahrheit nicht mit Gewalt verteidigen muss und es auch nicht kann. Und dass vielmehr in einem offenen, in einem ehrlichen, in einem kritischen und selbstkritischen Gespräch etwas von dieser Wahrheit aufleuchtet, erfahrbar wird und sich uns zeigt. Eine Kerneinsicht des christlichen Glaubens ist, dass Wahrheit eine Person ist und deswegen Wahrheit etwas mit Beziehung zu tun hat und mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und nicht zuletzt eben auch, wie wir miteinander diskutieren und debattieren können. Deswegen haben wir für die zweite Staffel von Furcht und Zittern rund 20 neue Interviews geführt, quer durchs christliche Spektrum. Zuerst aber ein kurzer Rückblick. Eigentlich haben wir uns gefragt, was dieses Phänomen ist, Post-Evangelikale und Leute, die mal evangelikal waren und es jetzt nicht mehr sind. Und wir haben gemerkt, dass um die Post-Evangelikalen zu verstehen und mit denen ins Gespräch kommen zu können, wir verstehen müssen, was Evangelikale sind. Und haben dabei gemerkt, dass Evangelikalismus ein ziemlich breites, ein heterogenes Feld ist, global zerstreut und dass es unglaublich schwierig ist, das Evangelikale festzumachen. Das ist schon wahrscheinlich das grösste Problem, Evangelikal überhaupt zu umreißen. Fundamentalistische Gruppen. Da gibt es auch dort wieder Unterschiede. Kuscheln zwischen Deutschland und der Schweiz. Moderaten. Die Erweckungsbewegung. Missionsbewegungen. Prosperity Gospel. Die Pfingstlichen, Charismatischen. TV-Evangelisten. Oder Neo-Charismatischen Gruppen. Rechts-Links-Evangelikale. Völlig anderes. Vielleicht noch keine. Nicht vergessen darf man. Stradikalen-Evangelikalen. Ja, es geht noch weiter. Dass es aber doch so etwas gibt wie einen inneren Glutkern dessen, was evangelikale Menschen antreibt und beschäftigt. Gleichzeitig leben wir in einer kulturell fragmentierten Situation. Es gibt viel Evangelikalen-Bashing auf der einen Seite. Es ist relativ einfach, ein Evangelikalen-Bashing zu fühlen. Man hat sofort Applaus. Wer sagt Freikirchler und mit dem Finger auf diese Leute zeigt, hat eigentlich breite Unterstützung. Wer sie verteidigt, muss damit rechnen, selber gebäscht zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es viele Vorurteile und auch ein Abkanzeln von postevangelikalen Anliegen. Das macht ein konstruktives Gespräch schwierig und lenkt von den eigentlichen Fragen ab, die uns interessieren. Wie sieht ein gut gelebter Glaube im säkularen Zeitalter aus? Und welche gemeinschaftlichen Formen des Glaubens beflügeln und befreien und beleben diesen Glauben? Wir haben dann Themen aufgegriffen, die nicht nur für postevangelikale Menschen interessant sind, sondern die uns alle beschäftigen sollten. Glaubenszweifel, Dekonstruktion und die Frage nach echter Freiheit. Diese Enge ist manchmal auch nur einfach im eigenen Kopf, Jan. Eigentlich ist diese Freiheit im Sinne von, viele Optionen zu haben oder eine grosse Wahlfreiheit zu haben, damit ich glücklich bin, das ist eigentlich nicht eine Freiheit, sondern eine Abhängigkeit von vielen Möglichkeiten. Vielmehr ist wahre Freiheit die Freiheit, gute Entscheidungen zu treffen, Freiheit, das Richtige zu tun. Der Zweifel ist notwendig. Er ist ein Teil des Glaubens. Aber ich denke, dass diejenigen, die dekonstruieren, oft in die falsche Richtung gehen. Ich finde, sie gehen in ihren Zweifeln oft ins andere Extrem. Dekonstruktion ist ja kein Lebensstil. Es ist sehr reflexiv, es ist sehr intellektuell. Also Dekonstruktion ist ja nichts anderes als ein Auseinandernehmen oder Auseinanderbauen. Und das hat an sich erstmal was sehr, sehr Gutes. Das mache ich ja mit dem Auto auch, wenn es einen Schaden hat. Und jetzt würde ich sagen, hat der postevangelikale Glaube bei all der Freude an den Fehlern, die man gefunden hat, vielleicht nicht alle Teile wieder zurück ins Auto gepackt, als man es zusammengeschraubt hat. Die zweite Staffel setzt genau hier an und geht ans Eingemachte. Wir beschäftigen uns mit radikaler Dekonstruktion und der Rolle des Zeitgeistes für unseren Glauben. Wir schauen uns das Verhältnis von Bibel und Wissenschaft an und der Frage nach der Hermeneutik, der Auslegung und Interpretation der Bibel in unserer Zeit. Wir untersuchen die Dynamik von Gemeinschaft, das Einschliessen und das Ausschliessen. Wir besprechen die Rolle von Erfahrung für den Glauben und das Phänomen des Eventchristentums. Und am Ende machen wir einen Ausblick, wie sehen die Zukunftsformen des christlichen Glaubens aus, welche Rolle spielt Gemeinschaft darin und wie muss sich die Kirche verändern in diesen Zeiten. Heute beginnen wir die zweite Staffel mit einem Gespräch mit Frank Hinkelmann. Er ist Kirchenhistoriker und Präsident der Europäischen Evangelischen Allianz. Dieses Gespräch ist sowohl ein Rückblick, weil wir Themen aus der ersten Staffel aufgreifen, aber auch einen Ausblick auf das, was jetzt noch kommt. Postevangelikal ist die verdiente Antwort und Rache auf viele Laster, die die evangelikale Gemeinschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatte. Ich habe sehr sechstehafte Strukturen erlaubt. Es ist das Herz zerreissen von Leuten, die sie erlebt haben. Sexualität ist Sünde. Wir haben zwei verschiedene Muster. Eines macht krank und das andere befreit. Ich glaube, da müssen wir genau hinschauen. Also ein Thema, was uns bei Furcht und Zittern bisher immer wieder beschäftigt hat, ist die Schwierigkeit, den Begriff Evangelikalismus, Evangelikal überhaupt zu fassen und zu definieren. Und du hast dich ja intensiv mit dem Phänomen auseinandergesetzt, historisch. Und wie würdest du das definieren? Was ist Evangelikal, was ist die Essenz von dem, was das Evangelikale ausmacht? Ja, es gibt verschiedene Definitionen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte auch versucht haben, den Begriff Evangelikal zu definieren. Thorsten Dietz ist ja schon eingegangen auf die Definition von David Babington, die im angelsächsischen Bereich heute mehr oder weniger der Standard ist. Für mich sind fünf Aspekte, die die evangelikale Bewegung kennzeichnen. Zuerst einmal, die Bibel wird als inspiriertes und autoritatives Wort Gottes gesehen. Gleichzeitig gibt es innerhalb der evangelikalen Bewegung durchaus verschiedenste Überzeugungen, was das ganz konkret heißt. Zweitens wird Jesus Christus als die Person gesehen, der durch seinen Tod am Kreuz Erlösung, Versöhnung zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott gewirkt hat. Bekehrung oder Wiedergeburt ist ein drittes Element, was für Evangelikale sehr wichtig ist. Ein vierter Aspekt und ist der Bereich der Jüngerschaft, der Nachfolge. Christentum, Glaube ist nicht nur etwas Theoretisches, sondern muss gelebt werden. Und das muss sich auch im Alltag zeigen, im täglichen Leben. Und zuletzt gibt es auch, und das hat die evangelikale Bewegung von Anfang an ausgezeichnet, eine Gemeinschaft von Gläubigen, die über konfessionelle Grenzen hinausgeht. Also Menschen, die bewusst das erlebt haben, die eine Bekehrung erlebt haben, die an der Bibel als dem autoritativen Wort Gottes festhalten, die diese Gemeinschaft über konfessionelle Grenzen hinaus leben und pflegen. Das wären für mich so fünf Kerncharakteristika der evangelikalen Bewegung. Jetzt dieser letzte Punkt widerspricht vielleicht in gewisser Hinsicht der Art und Weise, wie in der Schweiz, vielleicht auch im deutschsprachigen Raum, aber vor allem in der Schweiz, wie der Begriff Evangelikalismus empfunden wird. Da wird meines Erachtens oft, mindestens auch in der medialen Wahrnehmung und Darstellung, wenig überkonfessionell breit offen, sondern eben eher, und das war auch die Ausgangsfrage von dieser Serie, eher eng und, ja, eng ist vielleicht ein gutes Wort, das wird eher als eng wahrgenommen, diese Form von Gemeinschaft. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Ja, ich denke, es sind zwei Aspekte. In der Schweiz wurde der Begriff Evangelikales Anfang der 70er Jahre relativ spät eingeführt, in Deutschland war er einige Jahre vorher. Und vor allem die Lausanna-Konferenz, der Lausanna-Kongress für Weltevangelisation führte zum Beispiel dazu dann, dass die Neue Zürcher Zeitung und andere den Begriff aufnahmen und ihn auch definierten. Aber als Selbstbestimmung oder als Eigenbegriff wurde er dann nur von einigen Freikirchen im schweizerischen Kontext aufgenommen. Während zum Beispiel, wenn man jetzt den deutschen Kontext anschaut, der größte Teil der evangelikalen Bewegung im Pietismus zu finden ist. Und mir ist wichtig, wenn wir uns mit dem Begriff evangelikal beschäftigen, dass wir diese historische Kontinuität sehen. Der Begriff Evangelical im Englischen wird verwendet mehr oder weniger seit den großen Erweckungsbewegungen des 18. Jahrhunderts. Evangelical Awakening in den USA als Folge auch der Evangelisation von Whitfield und Wesleys und so weiter. Also von einem Evangelical Movement spricht man im angelsächsischen Bereich schon seit dieser Zeit. Und wenn man jetzt in den historischen Forschungsbereich hineinschaut, wer die vierbändige Geschichte des Pietismus anschaut, der sieht, dass diese Linien gezogen werden zwischen Pietismus auf dem europäischen Kontinent, vor allem auch im deutschsprachigen Bereich, aber auch die nadere Reformatien in den Niederlanden und auch gewisse Bewegungen in Frankreich, als auch dann jetzt im angelsächsischen Bereich. Das sind alles Ausdrucksformen erwecklichen Christentums, die sich durch diese fünf Charakteristika auszeichnen. Hinzu kommt noch, wenn man jetzt mal zu Beginn des 19. Jahrhunderts schaut, eine der, als dann die Erweckungsbewegung über England und Nordamerika hinaus auch den europäischen Kontinent erfasste, war es so, dass eine der größten Erweckungsbewegungen im deutschen Bereich, erstmal die Allgäuer Erweckungsbewegung, war eine rein innerkatholische Erweckungsbewegung erstmal. Eine Reihe der Priester sind dann später zwar zum Protestantismus konvertiert, aber auch nicht alle. Martin Boos blieb zeitlebens katholisch. Das heißt, die evangelikale Bewegung in dem globalen Kontext war immer durch eine sehr große Breite und nicht durch eine Enge gekennzeichnet, bei gleichzeitig klarer gemeinsamer theologischer Grundlage. Was mich interessieren würde bei diesen fünf Aspekten und diesem Begriff von Evangelikalismus, was mir immer wieder begegnet ist, weil ich hätte selbst gedacht, Evangelikalismus ist ungefähr das, was du jetzt erzählt hast, dass es Erweckungsbewegungen sind mit diesen Aspekten drin. Aber gerade in Deutschland, wenn ich mit Freunden aus Deutschland spreche, ist eine relativ starke Abgrenzung von Evangelikalen zu Pfingstlern zum Beispiel zu spüren. Inwiefern, weil es, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, würden wahrscheinlich Pfingstler unter diese fünf Aspekte eingeordnet werden? Inwiefern gibt es da … Ich würde sagen, auf jeden Fall gehört für mich die Pfingstbewegung als auch die charismatische Bewegung zur evangelikalen Bewegung im europäischen Kontext. Hier kommt hinzu, für den deutschsprachigen Bereich, dass, wenn man so die Linien ziehen will, der Entwicklung der evangelikalen Bewegung vom Pietismus über Erweckungsbewegung, dann Heiligungs- und Evangelisationsbewegungen im ausgehenden 19. Jahrhundert, die dann zur Gemeinschaftsbewegung führten, zum Neupietismus, dann sehen wir dort, dass es vor allem in der Heiligungsbewegung zu einer Verengung kam. Gerade im Heiligungsverständnis kann der Mensch sündlos leben oder nicht. Und als dann die Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts 1906 bis 1908 nach Europa und dann über Norwegen nach Deutschland kam, kam es bei größeren Veranstaltungen in Kassel zu gewissen Exzessen. Und das mündete, wir können jetzt hier keine Kirchengeschichtsvorlesung machen, aber das mündete dann in der sogenannten Berliner Erklärung, wo sich die Heiligungsbewegung, die Gemeinschaftsbewegung von der Pfingstbewegung distanzierte. Wer aber diese Berliner Erklärung liest, sieht, dass es vor allem um das überzogene Heiligungsverständnis damals von Jonathan Paul ging, was er selbst 1912 wieder rief. Da hätte man sich gewünscht, dass die andere Seite auch bereit ist, das wahrzunehmen. Hinzu kam auf Gemeinschafts-, auf dieser Heiligungs-, in der Heiligungsbewegung, in der Gemeinschaftsbewegung sicher eine gewisse Theologiefeindlichkeit, was auch den Weg bereitete für gewisse theologische Extrempositionen, wie zum einen eben auf Seiten der Heiligungsbewegung, was die Sündlosigkeit anging, wir können sündlos leben, als dann aber auch auf der anderen Seite zu einer gewissen extremen Dämonologie, die dazu führte, dass man bei der Berliner Erklärung sagte, das ist alles dämonisch, das ist ein Geist von unten, sodass es im deutschsprachigen Bereich letztendlich zu einer Spaltung der Bewegung kam. Die Wurzeln der deutschsprachigen Pfingstbewegung liegen aber eindeutig in der Gemeinschaftsbewegung, in der Heiligungsbewegung, im Pietismus. Und ich würde sagen, seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist diese Spaltung im Großen und Ganzen überwunden, man hat theologisch gearbeitet, ich denke auch der Gnadauer Verband, der Gemeinschaftsverband in Deutschland hat manches hier aufgearbeitet und diese Spaltung der evangelikalen Bewegung halte ich für überwunden. Aber wenn man es so versteht, wenn ich dich recht verstanden habe, dann ist die Verengung von Evangelikal auf Freikirchen ist eigentlich ein lokales Phänomen der deutschsprachigen Welt oder vielleicht sogar nur der Schweiz. Es ist ein Phänomen der Schweiz auf jeden Fall und es war über Jahre auch ein Phänomen in Österreich. Abgesehen davon ist es an sich kein Phänomen, weil wenn man jetzt nach Großbritannien schaut, große Teile der evangelikalen Bewegung sind innerhalb der anglikanischen Kirche. John Stott, James Packer sind zwei führende Theologen der evangelikalen Bewegung des letzten Jahrhunderts, beide anglikanische Theologen. In Osteuropa ist es teilweise so, dass die Mehrheit der Evangelikalen in den Freikirchen liegt. Allerdings sind es dann auch wieder Länder, in denen entweder die römisch-katholische Kirche oder die orthodoxe Kirche jeweils Mehrheitskirche sind, sprich alle protestanten-Minderheiten-Kirchen sind. Aber an sich ist die evangelikale Bewegung im internationalen Kontext eine interkonfessionelle beziehungsweise überkonfessionelle Bewegung. Ist auch im globalen Süden so, nehme ich mal an. Ja, ich meine, man sieht es ja schon, wenn man jetzt schaut im Lutherischen Weltbund, man hat es letztens bei der letzten Tagung der Methodistischen Kirche auf Weltebene gesehen, viele der Kirchen dieser Denominationen liegen im globalen Süden, das sind die Gemeinden, die wachsen und diese Kirchen sind grundsätzlich theologisch eher konservativ ausgelegt. Das heißt, gewisse Diskussionen wie hin zur Segnung homosexueller Partnerschaften, Einsetzung homosexueller Geistlicher ist für diese Kirchen ein absolutes No-Go und das geht auch mehrheitlich heute nicht mehr durch auf Weltebene. Das hat sich zum Beispiel bei den Methodisten vor einigen, vor zwei Jahren gezeigt. Es wurde jetzt ziemlich klar, dass Evangelikalismus eigentlich natürlich aus dem Protestantismus kommt, dass es dort zu verorten ist, zumindest historisch. Aber es gibt ja auch innerhalb der anderen Grosskirchen, der katholischen Kirche, auf jeden Fall, bei den Orthodoxen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber gibt es solche Erweckungsbewegungen, charismatische Erneuerungen und alles Mögliche. Wie würdest du die Verhältnisbestimmung vornehmen? Also inwiefern wirken die aufeinander? Inwiefern hat das protestantische evangelikale Vorbildfunktion? Und inwiefern gibt es dort auch ökumenische Bemühungen und Bestrebungen, irgendwie diese Erweckungsbewegungen gemeinsam zu leben oder auszurichten? Ich denke, da muss man jetzt ins einzelne Land hineinschauen. Das ist geografisch sehr unterschiedlich, wie sich das ausprägt. Wenn man jetzt einmal die Situation in Deutschland anschaut, Gebetshaus Augsburg ist zwar ökumenisch, ist aber eindeutig auf katholischem Hintergrund gebaut. Johannes Hartl ist ein katholischer Theologe. Gleichzeitig sieht man, dass die Mehrheit der Teilnehmer an den Mehrkonferenzen aus dem protestantischen Bereich kommen. Und je nach Sichtweise von konservativ-evangelikaler Seite kommt der Vorwurf einer Katholisierung der evangelikalen Bewegung. Von katholischer Seite, vor allem universitärer Seite, wird der genau gegenteilige Vorwurf erhoben. Es kommt zu einer Evangelikalisierung der katholischen Kirche, was man als Gefahr sieht. Ich denke, was ich jetzt aus dem österreichischen Kontext wahrnehme, ist, dass es zwischen Gruppierungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die diese Aspekte betonen, vor allem auch Bekehrung und Wiedergeburt und Nachfolge Jüngerschaft, als auch eben, dass es Gemeinschaft über konfessionelle Grenzen hinaus gibt, dass es enge Berührungspunkte gibt. In der Evangelischen Allianz in Österreich sind römische Katholiken, auch leitende Mitarbeiter, Mitglieder. In der Regionalen Allianz, zu der ich gehöre, leitet derzeit ein Katholik die Evangelische Allianz. Das ist durchaus üblich. Aber das gab es, wie gesagt, diese Verbindungslinien schon darüber hinaus. In der Orthodoxie ist es etwas anders. Es gibt im rumänischen Bereich, Lords Army nennt sie sich, das ist eine Erweckungsbewegung innerhalb der Orthodoxie seit dem 19., späten, ich glaube, späten 19. Jahrhundert. Die sucht auch wiederum die Nähe, aber das ist eher, denke ich, in der Orthodoxie die Ausnahme. Das nimmt man evangelikale Gruppierungen, vor allem auch Freikirchen, eher als eine Bedrohung wahr. Das hängt natürlich auch mit der Identität einer Staatskirche oder einer Volkskirche, die sich sehr stark mit der nationalen Identität verbindet, zusammen. Ein Thema, was auch in der Serie bis jetzt immer wieder aufgekommen ist, ist die Frage einer Spannung zwischen einem sozialen Engagement in der Gesellschaft für Menschen und dem Thema Bekehrung, Evangelisation, diese radikale Form von Christus Nachfolge, die im Zentrum steht. Und das wird oft als eine Art Spannung gesehen, dass tendenziell die Landeskirchen, die institutionellen Kirchen, die traditionellen Kirchen ein starkes soziales Engagement haben und Freikirchen tendenziell eher sich um sich selbst drehen und dann eben missionieren oder evangelisieren. Wie würdest du dieses Spannungsfeld einordnen, jetzt besonders auch von dieser globalen Perspektive her? Ich denke, wer die evangelikale Bewegung im 20. Jahrhundert einschaut, der muss schon sagen, dass es zu einer gewissen Fokussierung bis Engführung kam mit dem Schwerpunkt auf Proklamation, Verkündigung des Evangeliums. Der Höhepunkt war wahrscheinlich so 1966, der Weltkongress für Missionen in Berlin, wo das ganz, ganz stark im Vordergrund stand. Hier spielten vor allem auch Gegenreaktionen zu einer, Gegenbewegungen zum sozialen Evangelium einer liberalen Theologie Ende des 19. Jahrhunderts eine Rolle. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass spätestens seit dem Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974 und seitdem noch mehr durch das starke Wachstum des Christentums im globalen Süden in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa die Fragestellung sich gar nicht mehr stellt. Für einen Latino, für einen Afrikaner, für einen Asiaten stellt sich die Frage gar nicht, ob das Evangelium gesellschaftlich relevant sein soll oder nicht. Es muss relevant sein. Christsein muss Alltagsbezug haben, muss in die Gesellschaft hineinwirken. In den 70er Jahren sprach man auch von den linken Evangelikalen wie René Padilla aus Lateinamerika und so weiter. Heute stellt sich die Frage nicht mehr im globalen Kontext. Die evangelikale Bewegung ist, und das war sie auch von ihrer Geschichte her, eine Bewegung, die sich immer sehr stark sozial engagiert hat. Angefangen im Einsatz für Religionsfreiheit und zwar nicht nur für Evangelikale, selbst auch für andere Konfessionen und andere Religionen. bis hin, wer in die klassische Missionsarbeit hineinschaut, viele der Ausbildungsinitiativen, Schulen, Internate, auch auf dem Missionsfeld, sind von Evangelikalen geführt worden. Medizinische Mission geht stark auch auf diese pietistisch-evangelikale Tradition hinzu. Und diese Engführung, die wir im 20. Jahrhundert teilweise erlebt haben, die halte ich inzwischen global für überwunden. Und es ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die werden ja dann vor allem in dieser südlichen Hemisphäre sozial engagiert, aber dann doch eher konservativ im Bibelverständnis, oder? Ja. Philip Jenkins hat ein Buch geschrieben, Philip Jenkins, ursprünglich aus Wales stammend, lehrt seit mehreren Jahrzehnten in den USA hervorragende Bücher zur Analyse des Weltchristentums, hat ein Buch geschrieben, New Faces of Christianity Believing the Bible in the Global South. Ein spannendes Buch, wo er zeigt, wie durch das starke Wachstum der evangelikalen Bewegung im globalen Süden die gesamte Weltchristenheit transformiert wird, wo klassisch liberale Kirchen aussterben, vor allem im Westen und mehrheitlich eben konservative Christen auch dann in Führungspositionen hineinkommen. Ich meine, man sieht es letztendlich auch, wir sind ja seit mehreren Jahrzehnten mehr und mehr Einwanderungsländer, es kommen Christen aus dem globalen Süden und viele der Fragestellungen, die wir uns stellen, wie zum Beispiel, ist Jesus der einzige Weg zur Erlösung, die Fragen stellen sich für sie nicht, die sind geklärt für sie. Und mir ist wichtig, gerade wenn wir so manche Diskussionen im deutschsprachigen Bereich anschauen, dass wir diese Perspektive nicht außer Acht verlassen, außer Acht lassen. Manche der Diskussionen, die wir im deutschsprachigen Bereich führen, sind im globalen Kontext absolute Außenseiterdiskussionen, die auch nicht wirklich ernst genommen werden. Würdest du dann auch darin sozusagen in diesem globalen Süden, im Evangelikalismus der südlichen Hemisphäre, die Zukunft auch sehen, wirklich für den Evangelikalismus, nicht nur vom Wachstum her, dort sowieso, aber auch von der theologischen Ausrichtung her? Ich denke, man muss sicher schauen, wie sich Dinge in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln. Aber mehr und mehr gibt es natürlich theologische Ausbildungsstätten. Eine gewisse Theologiefeindlichkeit, die der Pietismus und Teile der evangelikalen Bewegung in Westeuropa hatten, kennt man im globalen Süden gar nicht, weil sie historisch hier ganz andere Entwicklungen mitgemacht haben. Und da muss man schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich denke, wir haben natürlich in Europa immer noch, gerade in den deutschsprachigen Ländern, durch ein Kirchensteuersystem werden Kirchen, auch wenn sie letztendlich in manchem geistlich tot sind, am Leben gehalten. Wenn dieses System wegfallen würde, wäre manches auch nochmal wesentlich offensichtlicher. Ich sehe schon einen gewissen Reformansatz, der aus diesen Kirchen kommt. Wo würdest du, könntest du es benennen, wo würdest du sagen, wo könnte der Evangelikalismus oder die Kirche oder auch evangelikale Gemeinschaften in Europa, vor allem in unserem deutschsprachigen Raum, wovon könnte man profitieren oder sollte man lernen? Ich denke, wir im deutschsprachigen Bereich sind sehr stark von der Aufklärung geprägt und Teil der Aufklärung ist ein Individualismus. Die evangelikale Bewegung lebt ein Stück weit davon, ist sowohl Kind als auch Gegenbewegung der Aufklärung. Wir haben diesen Individualismus auch sehr stark, der zeigt sich zum Beispiel auch in der Betonung von Bekehrung und Wiedergeburt. Gleichzeitig haben wir damit aber einen gewissen Gemeinschaftsaspekt verloren. Wenn ich mit Kollegen, mit Freunden aus dem globalen Süden zusammen bin, dann wird das Leben ganzheitlicher gesehen. Der Gemeinschaftsaspekt, das Miteinander-Leben-Teilen ist wesentlich integraler und wichtiger, als es für viele von uns ist. Und ich denke, hier kann auch die evangelikale Bewegung Menschen in der Postmoderne abholen und diesen Gemeinschaftsaspekt zeigen. Es zeigt sich zum Beispiel in Gemeinden, die viele Migranten in den letzten Jahren aufgenommen haben. Denen ist wichtig, gemeinsam zu essen, einzuladen, dass man auch als Gemeinden Dinge gemeinsam macht. Bei uns, wenn ich jetzt mal klassische Österreich, ich bin in der evangelischen Pfarrgemeinde zu Hause, da ist wichtig, um zwölf sollte man zu Hause sein und da muss das Mittagessen auf dem Tisch stehen. Das ist für einen Christen aus dem globalen Süden kein Konzept, was man übernehmen will. Da ist man viel mehr beziehungsorientiert. Da können wir von lernen. Das kann uns bereichern. Und ich denke, genau das Thema dieser Form von Gemeinschaft ist eigentlich auch am Kern von dieser Serie Furcht und Zitteln, weil viele von diesen postevangelikalen Menschen, die berichten davon, warum sie aussteigen aus der evangelikalen Bewegung, ist vielleicht die Schattenseite von dieser Form von Verbindlichkeit oder auch Intensität. Da scheint es dann doch schon so zu sein, dass eine gewisse Nähe und Verbindlichkeit eben da ist in den evangelikalen Gemeinschaften, schon jetzt. Und das wird aber dann irgendwie oft auch negativ erlebt. Und da wollte ich fragen, siehst du da auch Potenzial für Missbrauch drin, gerade in dieser Gemeinschaft und vielleicht auch in einem kritischen Blick oder einem selbstkritischen Blick auf den Evangelikalismus, wo siehst du Reformbedarf? Ich denke, je enger eine Gemeinschaft wird, je verbindlicher sie wird, je stärker steigt auch die Gefahr für Missbrauch. Bei manchen derjenigen, die sich als postevangelikal bezeichnen, würde ich gerne mal schauen, sind es wirklich tatsächlich theologische Positionen, die dazu geführt haben, dass sie Gemeinden verlassen haben oder es ist nicht Verletzungen, es ist nicht Machtmissbrauch oder sonstiger Missbrauch, den sie erlebt haben. Für mich ist das aber nicht, ich sehe den auch im evangelikalen Bereich, ich sehe den auch im freikirchlichen Bereich. Aber für mich ist das jetzt nicht in erster Linie etwas, was theologisch begründet ist, sondern in den Strukturen, die wir entwickelt haben und in denen wir Gemeinschaft leben. Und wenn ich mir manche neueren Gemeindebewegungen anschaue, habe ich große Bauchschmerzen, weil ich, wenn ich das beobachte, den Eindruck habe ich hier, ist Tor und Tür auf für möglichen Machtmissbrauch durch sehr hierarchische Strukturen. Ein Beispiel vor einigen Jahren sagte mir jemand, der in Wien eine freikirchliche Gemeinde besucht hat, dass der Pastor erwartete, dass die Eltern ihn fragen, auf welche Schule sie ihr Kind geben sollen. Das ist für mich grenzüberschreitend, das ist Missbrauch. Das hat aber jetzt erstmal nichts mit meinen theologischen Überzeugungen als solches zu tun, sondern mit Strukturen, die auch für mich oft theologisch nicht reflektiert sind und wo dann eben gerade Missbrauch auch als eine Option sehr wahrscheinlich werden kann. Wenn du vielleicht insgesamt, ja, gibt es darüber hinaus noch so Bereiche, wo du sagen würdest, da hätte die evangelikale Bewegung eine Art Aufgaben noch vor sich, die es zu bewältigen gilt? Oder ist das der Hauptpunkt, wo du Gefahren siehst? Ich glaube, das Gute an der evangelikalen Bewegung ist, sie ist eine Bewegung, die sich nicht vererben lässt. Jede Generation muss neu ihren Weg mit Jesus finden. Das ist Chance und das ist gut. Gleichzeitig bewahrt das die evangelikale Bewegung auch tendenziell erst einmal vor einer gewissen Gesetzlichkeit. Die kann sich trotzdem einstellen, aber sie ist da erst einmal vom System her weniger offensichtlich. Und ich denke, es wäre gut, wenn Evangelikale festhalten an dem, was immer Kern der evangelikalen Bewegung hat. Und das waren theologische Grundlagen. Da ging es aber dann nicht um Stilfragen, da ging es nicht um andere Fragen, sondern eben da ging es um diese theologischen Grundlagen. Ich sehe persönlich die Zukunft der evangelikalen Bewegung nicht in einem Aufweichen des Schriftverständnisses, der Haltung zur Heiligen Schrift. Ich denke, die Frage, die wir uns stellen müssen, was heißt dieses Festhalten an der Autorität der Heiligen Schrift, was heißt das ganz konkret in der gesellschaftlichen Herausforderung, in der wir stehen? Und zwar im gesamten Bereich. Ich denke, ein Schwachpunkt der evangelikalen Bewegung ist, dass wir sie auf gewisse, meistens evangelikal wird auf gewisse sexualethische Fragestellungen reduziert. Es ist viel mehr, es sollte auch andere Fragen der Gerechtigkeit, des Klimaschutzes und so weiter beinhalten. Und die Herausforderung ist, neu zu fragen, was heißt, wie zeigt sich ein evangelikal gelebter Glaube nicht in Abgrenzung zu irgendwelchen anderen Kirchen, aber wie zeigt es sich im Alltag hier bei uns in einer postmodernen, säkularen oder teilweise auch postsäkularen Gesellschaft? Abonniert auf diesen Kanal, dass du nichts verpasst. Schreib deine Bemerkungen unten in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge von Furcht und Zitte.